und herzlich willkommen heute zu lead of legends mit dem sein und ja und wir spielen heute mal wieder so ich werde gleich meine tasten umlegen also nicht wundern erst so kz ist jungle ja aber die prüro scheint nicht so high level zu sein die was prüro niederlehrer ja genau die erst wollte sie die mitte hat müssen müsste sie meinen in der letzten sekunde der champion select ist schnell zu dings schreiben dass ich eine adkw nehmen soll weißt du ja aber die scheint auch so kein high level zu sein oder nicht so hohes level weil der hat die hat ghost und also geist und heilen ja wird wahrscheinlich auch so ein level 7 bis 8 sein naja warum hat sie sich dann kein ding ins gold flash ja ich habe zu er ignite und also entzünden und jeder wie er mag nie so lieber sicherer spielen will natürlich ist ja ihre sache alle flash außer wir beide traurig auch die oben auch nicht die luchs das müsste es auch jede sekunde wenn der kz geladen hat geht es auch jede sekunde los das ist schön ich hoffe die lux geht unten sofort und ich muss gegen team und damit zu spielen nein team wird doch nicht doch kann der kann zwar auch sofort gehen und lux mit dabei ist glaube ich nicht war aber sack und ding im weg weg geht ja warte deck geht jungen es schweige portland und wenn er innen geht top aufs jede fälle es ich guck kurz ja gut okay also ich kann jetzt nur noch mit der maus lenken das muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen ich habe gar keine alters gekauft ja ich sag ja was eine tasten belegung alles verfolgen haben kann die münze ach die haben halbportionen jetzt überarbeitet machen die irgendwie jede saison keine ahnung also außer der außer der letzten ja jetzt sieht er ein bisschen gepäck aus ich glaube wir haben deutsche gegner überall jungen bekannt ja wer nennt sich denn auch lord of the bier die erdkruste lord of the me ja also wir haben auf jeden fall drei deutsche gegner denke ich mal und die ich spiele schon noch mal das ist in der flüte mit nein heidi ist bei diesem instrument kartei wird es nicht sondern ich komme gerade nicht auf den namen egal sieht aber hört sich aber an ich habe mir gar keinen abwehrtoten gekauft ja jetzt fällt ich hier schon ein ab fäll mich hier schon mal weg ich bin ich einfach vorher in level 2 schnell gewonnen habe ich bin gekillt sie hat er davon wenn er timo spielt was ach so ich habe jetzt auch ein w es ist meine Maus weggerutscht wo hat die Niederleben gut Schaden gewachsen für die Künfte halten das ist das Level ich mal mein Crew wow wow ja schießt bloß auf mich das war vielleicht nicht so klug ich denke die wirklich ich seh die nicht schon wieder ok wenn du bereit bist du könntest uns ich glaube ein bisschen unten helfen ja ja wenn du mein ich ja wenn du bereit bist damit ich weiß ich hast du mir erzählt also die Mitte läuft gut oh scheiße war das dumm das war schlecht das war richtig schlecht von mir naja jetzt können wir mal ein Abwehrtotum holen ok dann warte ich die 20 Münzen noch kann ich mir erstmal die gesamte Münze holen und das Back haben sie auch also Recall haben sie auch überarbeitet ja das ist schon länger ja das habe ich gar nicht gemerkt seit der Preseason jetzt ist die Luxmitte die man hat keinen Bock mehr lol ah der wird wahrscheinlich schon weg sein aber ich glaube du hast einen guten Tag Herr Vish das lustige ist ich habe seit einer Woche nicht mehr gespielt Aua blöde Teile Hau ich mir mal das Q rauf ok jetzt hat er da ein Wort hin gesetzt ich bin jetzt Level 6 also wenn demnächst jetzt nicht so gepusht ist könnte ich mal runter kommen ok gut pass auf du bist alleine nein ich dachte die ist dabei was soll denn das ja ich dachte die kommt von oben runter ich dachte die kommt von oben runter und hilft mir ist ja nicht mal nett sehr nett wirklich sehr hilfreich hilfreich hust hust aber war auch vielleicht dumm bisher ich dachte ich kriege den Timo vielleicht war jetzt nicht so intelligent da mit drauf zu hauen aber ja aber was die da macht weiß ich auch nicht ist die AFK was hat die denn da gemacht ok du könntest jetzt mal helfen komm ja dann ich push noch hier die Wave durch und dann komme ich ach so deswegen ja ich brauche Hilfe unten ja ich komme ich bin da ich bin da äh da der ist da ich komme halt heb mir den auf ich brauche ihn auf ich bin da zu früh sonst hätte ich den Tornado gemacht ich bin da ich krieg aber keinen hit vom Tower okay ich kriege aber keinen hit vom Tower ist, dann müsste er tot sein. Ich kann ihn mir holen. Ah, nee, lass, lass. War gut, wenn du meinst. Der hat keine Fähigkeit mehr. Ja, ich muss meinen Tarnaso treffen, deswegen habe ich Ulti. Okay, ich komme wieder oben rum. Ja, ich gehe wieder mit, sonst kriegt sie den Tower noch. Okay, Timo kommt aber. Timo hat Angst. Pass auf, der kommt von oben. Ich weiß. Was soll ich machen? Hab ja nichts. Vor allem, wir sind ja einer weniger. Ich werde hier unten wahrscheinlich gleich richtig abgeschlachtet werden. Oh, Leute. Hat schon noch gerecht, dass ich inhalt. Ich kann nur versuchen, unten zu deffen, ne? Ja. Aber das wird auch nicht lange durchhalten. Ulti habe ich jetzt. Wahrscheinlich wird Timo jetzt hochkommen oder sowas. Oh nein, Timo ist da. Naja, egal, bei der Mitte kommt. Ich habe jetzt schon 5 Gehilfe. Ich mach den fertig. Ja, ich habe 0-2-0. Okay, aber ich habe auch zweimal damit gerechnet, dass mir ein Gehilfe geholfen wird. Muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, was er gerade richtig mit dem machen will. Der braucht dich nicht schon, der sollte immer lieber Bot kommen. Okay, so ein bisschen deffen kann ich den Tau, aber der hält nicht mehr lange durch. Ich habe in eine Falle reingetreten. Da war ein Pilz. Ich komme auch mal bei. Da, da. Da ist er. Kriegst du den? Den müsstest du kriegen. So, hat er verdient. Und der kommt noch mal davon, der Erzrael. Oh, ich habe meinen König getroffen. Oh, das war fast geil. Ich versuche mal den Tower zu pushen. Ist der noch da? Mach du mal. Oh, scheiße. Tower schießt doch nicht. Aua. Hast du ihn erwischt? Ja. Ja, ich habe ihn. Kommst du weg? Ja, ich komme weg locker. Ja. Wenn der Kha'Zix jetzt Mitte dessen würde, könnten wir... Ah, der ist gut. Das ist gut. Dann kriegen wir den Tower-Bot. Habt ihr mal einen Heal reingehauen? Ja. Mein Hit. Ja, nice. Ich gehe mal bei... Au! Timo kommt. Können wir sie dann noch mal killen? Sollen wir? Ja. 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 Ab und geslowt. Verdammt gut. Heu, ich habe die... Ich habe die Wall so zu meinem Vorteil genutzt, dass er mich nicht attackieren kann, weil er... Weil ich meine, eine Wall wird jetzt seine Autos blockiert. Das heißt, er hat das Autos gar nicht drauf gekriegt. Okay. Ja, das ist doch schön. Ja. Was sieht denn jetzt doch schon ganz wieder ganz gut aus für uns unten? Naja, wir haben heute immer noch später den Nachteil, dass wir halt Dings sind, ne? 4, 5. Ja, klar. Ja. Ich habe jetzt noch Schuhe. Oh, der stirbt mit wenigstens jetzt wieder Gold wert. Ja, dann kann ich den jetzt schön abfahren wieder. Und die ist immer noch AFK. Ja, nicht schön. Gar nicht schön. Ja, mit der können wir dann auch gar nicht mehr rechnen, weil die hat ja Level... Weil die ja Level 5 ist. Und die werden uns im Teamfight ziemlich auseinander nehmen. Sag ich doch. Ich kriege Farmen die wieder. Der kapiert nicht, dass er von mir Flächendamage kriegt. Der will den Tower haben. Ne, jetzt killen sie dich. Ich bin aber auch unterwegs. Okay, die war unnötig. Der Kalix kommt auch runter. Oh, die Pilze. Ich bin so langsam. Nein, nicht schon wieder. Komm her, komm her. Ich krieg den noch. Nice. Wo ist der Teemo hin? Aber sie haben leider den Tower ja noch mitgekriegt. Wir könnten Drake machen. Der Deck war auch in der oberen Hälfte des Jungles. Pass auf, aber Lux kann runterkommen. Der Teemo kommt von oben. Ich fang den mal ab. Hast du ihn gesehen? Der kam eben von da oben. Oh, okay. Jetzt ist es vorbei. Ich dachte, er steht hier drin. Aua. Bist du reingelaufen? Nee, du. Okay. Ja, wofür hat man Heilung? Oh, wir hoffen. Gut, die kriegt den mit, glaube ich nicht. Timo ist unten. Ja. Ich weiß, bin aber nicht sicher, ob ich was gegen den machen kann. Ich sollte, glaube ich, back gehen. Ah, da ist Timo. Der Dings ist mit dir, as well. Ich komm, bitte. Aber pass auf, Timo ist hier irgendwo. So, ich bin jetzt 360 schnell. Naja, geht ja. Du bist? 379. 97. Das war ja klar. Äh, Bot wird ziemlich wegge... Die macht gleich Ulti, glaube ich, die Lux Kit. Hm. Oder auch nicht. Sollte sie auch noch wegkommen. Oh, Glück. Gerade noch so weggeheilt. Echt? Deffen wir auf Tower, oder? Ja, ja, wenn der Kha'Zix kommt, sollten wir das auf jeden Fall halten können. Timo ist auch noch da. Aber unten. Wird's gefährlich. Ob wir jetzt hinterher rennen müssen? Ich glaube nicht. Ja, Ilus ist ja weggegangen. Das heißt, wir sind ein Mann im Vorteil. Einer sollte vielleicht mal Bot deffen. Ich geh runter. Kann ich gegen den ankommen? Nee, ne? Uff, glaub nicht. Def einfach Tower. Ah. Boah. Boah. Der drückt jetzt echt schon ganz ordentlich Damage rein. Boah. Boah, boah, boah. Nein, nein, nein. Das Gift killt mich. Nein. Nice. Siehst du das? Nein. Ich hab noch 20 Leben. Ich hatte grad noch 15 Leben. Alter, war das knapp. Ein Hit von dem Minion und ich wär tot gewesen. Ach, verdammt. Verdammt. Soll ich irgendwo defen gehen? Soll ich irgendwo defen gehen? Die Mitte defen wär ganz gut. Aber kommst du nicht mehr hin, ist okay. Tower wird fallen. Welche Stiefel soll ich mir denn 25%? Ach. Aber dieser scheiß Team ist da nicht gewesen. Dann hätt ich die Luft auch noch gekillt, weißt du? Ich geh auf Nasho aus Zahn, ne? Ja. Hast du schon sehender Stein? Äh, Sidestone? Äh, sehender Stein? Ne, ich hab Stealth Ward. Ja, hol mal Sidestone, dann trotzdem nicht immer Wards kaufen. Okay. Was war mein erster Tod? Oh, Ruby-Style-Sidestone heißt der, ne? Was? Ja, die Erweiterung heißt Ruby-Sidestone. Ja, kann mir grad hier nicht mal so gleich. So. Gut, da fehlt mir noch ein bisschen was zu, aber okay. Ja, ich hab jetzt 1, 2, 4. Das sieht an sich gar nicht schlecht aus, wären wir ein paar Leute mehr. Aber das ist schön, ich kann jetzt viel besser kämpfen mit deren Dingens. Wie heißt das denn? Mit der Mauskamera? Äh, ja. Ja. Weiß ich noch. Muss man sich vielleicht erst mal dran rufen, wenn du jetzt, wie du die ganze Zeit mit der W.A.S.T. gesteuert hast. Ja. Obwohl, ich komm Mitte noch, okay. Da ist Timo. Du hast die beiden gesehen, ne? Du hast die beiden gesehen. Weiß schon, ich komm mal wieder. Ja, weißt du nicht. Ich komm mal wieder weg, ich hab eigentlich vor einer Luxu-Ultie. Ich def dich. ich gehe unten bot dürfen mach das aber da hatten wir fast noch das grüne monster gekriegt weg ja ich wollte helfen in den busch rein dass er dafür dass er das ist ja auch geportet ja der weg der ist ja ich hab den nicht gesehen okay da war ein pilz drin ich komme wieder mit wie die ganze schwuppe zu zweit von mir angestanden ja ich bin da ne also wenn das sein sollte okay wir drücken den ganz schönen der mit schrei also weg ja ich bin auch gestorben so jetzt habe ich zeit stones brauche ich mehr nicht nur die aus den also brauchst du nix mehr also ruby side stone ich gehe aus zahn jetzt ja kannst du machen okay das war ein bisschen lustig grad von mir aber wir sind halt einer in umtagswahl das wird auch nicht das wird wahrscheinlich auch nicht so sein dass wir es gewinnen werden oder ist klar ist möglich sieht auch gut für uns aus aber im teamfight werden wir wahrscheinlich verlieren dann müsste ich anständig ne klar ich meine guck mal ich habe zehn kippen bin gefiedelt als wie keine keine sau oder so hast du ja gesehen wie schnell ich sie verreißen teilweise bei dem das problem ist die müssen halt nur mich rausnehmen ja und wenn sie dich haben dann ja dann solltest du auch am besten ulti auf mich drauf machen weil dann ja ich habe den heil immer auf die also den hier im heutigen also ulti ne vorhin habe ich keine ultime doch die hatte ich erst auf mich dann alles auf mich drauf gehauen ich bin so ein egoist war der wir aufgefahren sind also tot gewesen ich gehe mal bot und töte den ich komme mit aha ich bin schneller du wirst keine assist kriegen das ist meine mission doch wenn ich dich heile ja kommt der wo ist er hin der ist vorne da der ist achso ach bleib stehen ich komme von unten au wow okay lauf weg lauf weg naja ich glaube der kardex hatte wie die uns echt und hab knappes ding okay wir müssen defen gehen ich gehe äh botten teffen aber ich krieg den wahrscheinlich ah ja okay du holst ihn dir oh der hat ja ne gemacht er ist tot 100 pro 100 pro hab jetzt noch gefecht damit ich sicher gegangen bin da ich den Q treffe aber so hätte er aber so hätte er Zeit gehabt zum ausweichen okay wird einfach sicher gehen die ist immer noch afk okay aussieht doch gut aus der teamfight wenn ich jetzt noch da wäre ich bin aber nur 408 ne wie schnell bin ich denn ich bin nur 380 schnell weil ich mir keine erweiterung für die schuhe gekauft hab sollte ich vielleicht mal machen verdammt das war schlecht von mir sehr schlecht gesagt so sollen wir die jetzt holen oder back das ist ein krokodil obwohl der ist zu tanky wow okay ich geh kurz back muss er alleine machen und dann kauf ich mir mal schnellere Schuhe kurz mh die kriegen hier mit Tower kommen ja gar nicht drauf klar ich denke mal das sind die oder teleport flash and ghost sommer spell call or dance äh nein das sind sie nicht open the ich will nur dass sie schneller werden plus 8 movement was macht der da nein was wird das denn ich bin überfordert ich weiß nicht ich denke ich will mir die gleich holen ich komme mit den ganzen Items nie klar ich komme der Jack soll mitkommen der muss defen oder soll defen ich kann dir gleich noch ein Heal geben warum bist du nur so schnell meine passive ich bin so lahm ich mach mal schnell Blu bevor der gesteilt wird aber da ist sogar schon jemand den holst du dir habe ich den assist gekriegt nein habe ich nicht ich glaube sie sind da im Busch oder auch nicht aber das sind Pilze ja das schön dann hole ich mir kurz mal die Luschen Minions hier die Hop die Hop sollten wir uns Timo schnappen ja der passt doch weiter gut dann ich komme runter zwingen du ihn mal zum Röhr ah da ist er komme komm hoch zu mir ah der geht schon weg weil er sieht er nicht komm oder weiß ich nicht der geht weg jedenfalls habe ich jetzt so blöden Schaden gekriegt traurig traurig ok Admiral Mortensen achso Adrian ich habe verstanden Admiral habe ich gelesen ups so dann heile ich mich noch mal kurz ähm pass auf kannst du mal hier ein Wort rein stellen weil die sind da irgendwo weil die sind da irgendwo an der Seite oder oder die gehen top ich kann mir gleich in der Chance Zahn kaufen wenn es so weitergeht die kommen top alle sogar ok kommt er weg wenn er wegkommt dann versuchen wir uns zu holen ja ich bin einfach nur da um ein bisschen zu helfen obwohl wir könnten die sogar vielleicht töten das war hier ich bin einfach nicht mehr die 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 nicht kämpfen das hat mir das hat mir 23 hits gegeben und ich wäre weg gewesen an endeffekt haben wir zwei gegen zwei getradet ja aber ich glaube es war besser für die weil sie glaube ich mehr gold gekriegt haben und die haben wir in GA gekriegt ja ich habe nicht viel gemacht ich habe einen Q reingehauen ein E reingehauen und ein heilen reingehauen und eine ulti reingehauen aber mehr habe ich auch nicht gemacht wenn er das schafft das schafft er nicht mehr okay Timo halt das sieht sehr schlecht aus der ist hier vorne durch Timo und so gestorben die sind alle wieder bot gekommen ach so da ist Timo okay ich bin nur ein bisschen zum deffen da jetzt aber wenn du willst können wir es uns auch holen aber ich glaube nicht dass wir das schaffen ja einfach nur ein bisschen präsenz mitzuzeigen dann der KZ der 6 geht push fort ich guck mal was ich da ausrichten kann da komme ich kann aber nicht gar nicht dass du rauskommst ich bin tot oder 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 schaffst du es noch schönes ding ich helfe dir nein verdammt oh schön ulti au 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 mich zerreißt es ja aber ich habe immerhin den einen oben noch gerettet äh was soll ich mir für eine Schuherweiterung kaufen kaufe ich doch mal die äh diese ach wie heißen sie Sorcery Schuhe glaube ich ja Sorcery Sorcery geschrieben wie äh S O R C dann sollte es schon angezeigt werden äh ne die habe ich ja schon ja wie das wie das dann gefällt wie ich die Schuhe überholen sollst ja aber davon die Erweiterung von diesen Sorcerys äh mach das mal später ist unnötig momentan okay dann hole ich mir einen Asch aus Zahn und dann gehe ich auf bisschen tanky am besten äh ich glaube ich gehe auf Guardian Angel kannst du machen ja ja schöne Sache äh es sieht von den Kills aus sogar äh von den Kills her sogar noch besser für uns aus ich habe 15 aber wenn wir direkt das 5 gegen 5 machen halt ja ich habe 1 zu 4 zu 8 ich gehe mal runter zu Timo vielleicht oder obwohl zu Lux ja die hatte ich mit der Ulti eben noch gekriegt das ist ärgerlich ja die wird die Beachtung Timo wird wahrscheinlich ach okay der ist ich push den Tower ich def kurz oh ne ist gar nicht mehr nötig der Tower ist down obwohl ne den kriegen wir noch ich glaube der macht sogar unseren Blue kann ich dir nicht sagen komm holt er zack ne der ist schon gemacht ich mache jetzt mit meinem Q 260 plus 60 die Vasallen machen uns Bot ziemlich platt also unsere Vasallen wenn man das jetzt mal von den Vasallen absieht sind ja eigentlich alle gleich stark relativ ja sind's auch oh da oben wo sollten wir uns Lux holen äh ich versuche den Jax vielleicht ein bisschen zu helfen ich glaube das ist ne dumme Idee wenn wir hierbleiben könnte durchaus sein der Dings kommt auch unter Wennigen ja keine Chance ja ich wusste es dass es irgendwie so ist woher wusste ich das nur wieder was welche man töte nein das äh opfer hast du auch eigentlich dass die äh dass die uns von oben weghauen müssen wir gucken dass wir jetzt schnell wieder respawn sonst pushen die uns die Basis ja ich bin auch da du aber gegen die alle mit der Suche könnte es wirklich klappen wenn man es richtig macht aber naja mit Dingens würde es klappen wie heißt er denn äh Nasus ja mit Nasus muss man das auch nicht mehr wirklich gut anstellen da können sie einfach alle reinlaufen später ja natürlich nur wenn man genug Deck hat und dementsprechend auch Tanki ist und wenn man naja stimmt du musst einfach nur da reichen ja sogar manchmal Auto-Tags ne nö 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 naja bei dem der macht ja ziemlich Damage dann wenn du nur richtig ja mit deinem Kuh ja nur mit deinem Kuh nur mit deinem Kuh achso mit diesem Feld was sich da rum aufbaut dieser Kreis nein dem ok stell mal hier im Wort rein über die Wand wo einfach über die Wand Alter komm her hat sie schon gemacht ja es ist wieso er ich oh oh ich wollte nichts sagen ok ich war grad sprechen deswegen konnte ich jetzt hier grad nicht viel machen ich wollte grad sagen wieso weil der Renning so auf mich drauf gegangen ist äh wieso will der nochmal eins machen aber dann kam ja von die anderen beiden von der Seite schön ist dass ich die ganzen Geld Assists kriegt wenn du es so willst du weißt schon dass die an dem Jungle sind ne ne nein ich glaub nicht dass die ich glaub nicht dass ich zuviert auf einen Kampf rumschlagen aber das sind zwei von denen in Jungle glaube ich ja wollt grad sagen die sind bei unten Gott gehen die hunde und na pass auf die Lux wird hier gleich kommen ja oh 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 ich bin dann mal weg ne ja ich bin dann mal weg tschüss tschüss und wir werden ich wollte grad sagen wir werden gut untergehen ach ich hätte ja eins aktivieren können nein ich will nicht sterben ich dummchen ich dummchen ach was genau bringt nen Baron eigentlich Äh, Buff. Ja, und was bringt der Buff genau? Äh, Fähigkeitsstärke, Attack-Image und glaube ich auch noch Lebensregeneration. Okay. Ey, ihr kriegt die alle drei. Eventuell. Mit Glück. Das ist seine passive, richtig? Ja. Ja. Ist er noch der Trim? Ach, ich glaub ich hab falsch gewordet, egal. Fail. Haben drei von denen tot bekommen, aber die haben trotzdem noch Barren gekriegt. Weil der Kar nicht, Kar nicht da war. Kar nicht, hatten wir keinen Smite. Pushen wir? Ja. Wird auch mal Zeit. Drei von denen sind noch tot. Warum schießt der Tower immer auf mich? Nice. Unverschämt. Einen Tower kriegen wir vielleicht noch. Obwohl, das dürfte knapp werden. Geh. Weg. Lauf. Dem können wir nicht mehr helfen. Ich sag ja, dem können wir nicht mehr helfen. Man sollte vielleicht trotzdem noch drauf achten, wann die Gegner respawnen. Das würde vielleicht helfen. Ich bin jetzt einmal über die gesamte Map gelaufen. Und ich bin schneller da als du. Na, okay, fast. Ich bin noch backgeportet. Ja, ich weiß. Was? To get over? Oh. Der Bot sieht böse aus für uns. Ja, das ist wirklich einigermaßen schlecht. 13. Ach, nehmen wir mal die ganze Minion. Meine Kills. Meine Kills. Oh mein Gott. Ich bin echt. Ich brauche keine mehr. Ich bin vorher echt im Bild. Ich habe gerade richtig viel Geld abgesahnt. Damit kann ich mir diese Weste kaufen. Ich hole mir kurz die Weste. Oh, ne. Ich komme, bitte. Hab's mir überlegt. Ich helfe dir. Pass mir bloß auf. Ja, ich habe mir nicht auf mein Leben gehabt. Das ist okay. Nein. Ich habe es zu spät gesehen. Ha. Komisch, dass du noch lebst, obwohl du gar kein Leben mehr hattest. Wie ich kann sein Ausweichen. Fummler, schummler. Nimmst du noch mit? Einen noch. Komm. Nein. Ich hätte keinen, äh, keinen, äh, Dings, Gernade. Sonst hätte ich auch noch Ulti machen können. Alles klar. Ah, jetzt pushen sie uns wahrscheinlich down. Aber wir halten, wir haben ihn ziemlich lange ausgehalten. Was gehe ich nach Guardian Weste? Angel meine ich. Ich gehe, glaube ich... Ich gehe, glaube ich, Hextash Gunblade. Ja, sieht gut aus. Hast du gehört? Hä? Ich gehe wahrscheinlich Hextash Gunblade, ne? Nein, mach mal dieses, äh, Dings Blitz Bane. Blitz was? Blitz Bane. Buchstabierst du mir bitte. L. I. Ch. Achso. Ch. Oh. Blitz Bane. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Haben wir gerade einen Tower verloren? Äh, da unten. Ja, okay. Ich habe es gesehen. Äh, nicht gesehen meine ich. Ach so, oh, oh, oh. Ah, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Komm her. Seine passive? Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist die hin? Frag mich nicht. Da ist er. da war ein pilz nein 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 ich warte ich komme ich versuche mal von hinten zu kommen obwohl er doch nicht durch diese komische schutzweste habe kriege ich so ein komisches silberne schleierteil wo da ist einer busch die die spielten vier gegen fünf und ich werde immer noch echt ja wo vollen pilz getreten timo du nervst sollen wir uns kallt ok vier fünf teamfight chancen naja schade ich habe den falschen geheilt ich wollte mich hier die wohl steinig darüber dass wir die champions haben wir auch spielen können ist ja nicht so dass die gebannt waren oder so ja achtung von der seite oh nein da ist timo gar nicht gut aus müssen mit der steffen und die ist immer noch afk die tussi die sind beide top what the fuck naja der jack soll zu tot sein der sunapu die gehen glaube ich alle top ne doch nicht und wenn wir hinkriegen den turm nur zu treffen obwohl der jacks braucht ihr weg jetzt habe ich gedacht der jacks kann spritpushen aber der geht ja sowieso weg naja immerhin fassen sie den tower nicht an also sollen sie aber weil wir die minions schnell geklärt kriegen und dann sind wir sie den tower auch angreifen ja ich kriege assist nur weil ich mein 1 aktiviert habe und jetzt machen wir es zu ende hoffe ich jedenfalls eventuell eventuell naja wir können das für dich vielleicht kennen wenn gehen die wirklich rein das ist wirklich dumm die hätten einfach auf ihre dings warten sollen auf die teammitglieder tower immer auf mich ich muss sowieso gleich auf komm ja nice wir haben das war das war das schönste spiel was wir bis jetzt gemacht haben findest du naja okay lüge finde ich nicht wir haben alle spiele so wirklich von uns waren gut relativ bist du noch bist du noch